ARD Text im Auftrag von Funk 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 und so eine sache die nicht geil wäre eigentlich zwei oder weniger kostet die kostet zwei ohne witz war ich mich doch nicht ja blablabla kommt facebook am arsch hallo lol was kommt denn jetzt hier alles an der schilder hat der noch hat dann schild wir chillten noch der schilder hat ich muss den zauber wegkriegen sonst war das jetzt alles für die katz die karte abdeziehe eine neue will ich riskieren eigentlich eher nicht die karte zu ziehen für den hellen einen schaden zu ziehen karte ich bin auf jeden fall schon mal safe Wähl deine Karte aus, toll jetzt, ich hab nur die eine, scheiße, wähl deine Karte, bleiblob. Könnte ich hier auch wählen, oh das wär richtig kacke, oh ne komm, deine Karte hat jetzt ja eine neue, ja, was hat man anhalten, plus 3 stärk, okay, wenn der angreift, dann ist er kaputt, plus 3, 5, scheiße, na jetzt müssen wir mal gucken, was hier raus geht, oh, oh, das ist natürlich dramatisch, die wird noch drauf gehen, boah, da könnten wir jetzt theoretisch im nächsten Zug beenden, glaub ich, könnten wir, ich weiß gar nicht, ja, und der könnte mich auch im nächsten Zug beenden, was ist das, was für eine scheiße, die angreischen Schaden steigt, 1, da muss ich mich jetzt irgendwie verteidigen, aber holla die Waldfee, muss ne Karte ziehen, Monsterkarte, perfekt. Boah, das ist nur darum, gift. Uff, ich muss trittisch alles ausspielen, was ich hab. Das kommt, warte, entwicklen, 1, das hat kaputt, nicht magischen Kreaturen, halber Schaden, du bist magisch, scheiße, du bist nicht magisch, kommst du da oben hin, kommst du hier unten hin, du kommst hier rauf, du machst ihn fertig, du kommst dann direkt an. Boah, hat ein Spiel. Ein Schaden steckt um 1, ein Schaden zu ziehen, eine Karte, ne, bloß nicht, ich brauche jetzt mein ganzes Leben. Das ist echt ein bisschen lächerlich hier. Ich mach dich kaputt. 2, ja, ok. Ja, damit hab ich gerechnet, und, oh, kann sein, hab ich gewonnen. Hab ich tatsächlich gewonnen, das kann doch nicht sein, oder? Damit kann ich ihn kaputt machen. Boah, bitte lass mich jetzt gewonnen haben, bitte, bitte, bitte. Oh, ja! 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 Bah! Ah! Am Arsch! Ihr Abtrünnigen! Wir werden euch suchen, wir werden eure Seele der Göttin opfern, ihr werdet euer Spielzeug sein, ne, ihr Spielzeug sein, und ein Dildo wahrscheinlich, eine Marinette, ein Ghoul. Alter! Nichts gegen die Ghouls, ja, die sind voll geil. Ah, Miranda, auf voller Sorge. Also, äh... Nein. Sieg! Alter, er war richtig krass. Hat schon ziemlich gepfeffert. Da leben übrig 2! Wie geil! Alter, das ist... Nein! Boah! Das kann doch gar nicht sein! Boah! Oh, ja! Und ich... Alter! 14 Runden! 1000 XP, das ist ja sowieso 3000 Level Up oder so, weiß, was weiß ich. Das 25 Premium wäre und plus 2500. Guck mal, da haben wir schon ungefähr ein... 05! Nöööööööööööö¤ ... 05! Ne! Doch, ein... ein, ein... Nein, nicht ein 10. ein 20. reinbekommen. 20? Ein 8! Circa! Ein bisschen weniger. Ein bisschen mehr... Ein bisschen mehr reinbekommen von dem, was wir ausgegeben haben. Boah, Alter! ich sag mal ein bisschen mehr zur schule gehen schlacht feld verlassen ja blablub sayuri in diesem augenblick halten wir nur eine stahlklinge ich mag es ja gar nicht wenn sich leute stahlklinge nennen und so weiter ich bin stahlklinge ich bin der todt ich bin todt blablub so wieder alle erwartungen sind wir tatsächlich hier direkt beim ersten mal durchgekommen das bedeutet wir gehen nach den stadt den stadt hat nämlich viel zu bieten denn die stadt ist die stadt den sie die den stadt nennen grammatik für runaways nach dieser grammatikbelehrung sind wir wieder da ich habe kurz was getrunken beziehungsweise was heißt kurz ich habe eigentlich nichts gemacht weil ich sache einfach ich hab was gemacht weil ich hab eigentlich mal kurz eigentlich auf mein handy guckt tadaa wir gehen jetzt rein und snacken uns mal eben 5000 gold 25 premium und 2000 sp warte wie viel wie viel brauche ich noch steht das da erfahrungspunkte ne steht gar nicht da ist ja schade beginnen ja dialog blablub oh 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 himmelsgeschöpf und sowas gegen mich bastion das ist auch nicht das ist aufsteigende lehrer was weiß ich ich sollte echt nicht spekulieren die sollten wir ein bisschen mit diesem spiel auseinandersetzen bevor ich so krass spekuliere lol hatte wisst ihr was wir chillen jetzt einfach mal richtig hart und ändern vorher noch die grafikeinstellungen ja oh wunder oh wunder wir haben oben den rand wegbekommen toll so ein richtig gutes gefecht jetzt blinkt der mauszeiger joo chillt hart und rein aber dann blinkt macht mich jetzt ein bisschen wahnsinnig geht das gleich weg kann man das nicht mehr heilen ist das irgendwie mauszeiger parkinson boah das ist ja macht ja einen kranken grafik boah ne ich kann da nicht oh es blinkt anscheinend nur an der aufnahme boah aber scheiß drauf wer fährt jetzt mal drauf neues blatt was ist das die erste weiterer in allen minuten drei schaden zugefügt direkt zwei solche geilen karten das wollt ihr mich verarschen ne wie behalten das jetzt einfach mal hä was der hat schon drei Millionen karten auf dem spielfeld was soll denn das was soll denn das ich kann den zauberwerk machen mama nö ja komm greif mich doch mit diesem null angriff an ey was ist doch im arsch boah ich finde diese karte so geil ohne witz wir greisen mich gerade nicht alter ja klar das fühl mich gar nicht provoziert oder so Nö, kein Stück. Ich bin hier fast verlockt, mir auf Magie zu gehen. Genau, weil ich genau die beiden Karten gerade habe. Oh nein. Ihr seid alle nicht magisch, ne? Genau. Genau, das bedeutet, ich kann euch hier mit ihr richtig gar auf den Sack gehen. Bam. Gut, das ist ja nicht magisch, das ist halt so die Amazon und so ein Kram, ne? Sie hat so Harpien, blablub, hab so ein Pony. Ach komm, jetzt mach doch nicht an diesen Physiomadenten, ey. Ist doch lächerlich. Was soll ich hier? Die Photopatikatur anhalten, die Photopatikatur kann jeder... kann in jeder Runde ziehen und angreifen, okay. Ganz halt... Toll. Was? Bist du ein Noob? Ich will doch mal, ey. Hm, nur halber Schaden. Okay. Willst du mich verarschen? Wenn einer in der eigenen Kratur steht, hältst du hier eine Zürichmarkierung für jeweils... Ach, ihr seid diese Entzürich-Typen, genau. Boah, so ein Deck hab ich mir noch gerade gemacht. Hm, hm, hm. Okay, das könnte noch zum Problem werden. Aber chillt ja noch, weil das ist ja eins, das ist abgerundet. Also, Hälfte und dann abgerundet halt null. Das geht halt voll klar. Bloß du nervst jetzt, weil das wird jetzt tot sein. Haban, naja, Feuer am Arsch. Das war echt nicht feierlich. Was macht das hier? Vier und eins, ne? Dann spiel ich das doch. Magie, dann nächste Runde auch Magie, mach ich das. Du kommst jetzt hier hin. Ich hab hier nämlich vier Nahkämpfer, deswegen hab ich das mal ein bisschen nach hinten gesetzt. Voll krass, ne? Ich fange an, taktisch zu denken. Was ist da eigentlich für Fähigkeiten? Was zum Fick hast du gemacht? Die Ausgebetung der Kreatur wird von ihrem Besitzer wieder auf die Hand genommen. Dann wird allentierlich mit ihr in sechs Schaden zugemügt. Sechs Schaden! Ey, was? Was?